Wie du ein Fenster triffst, man! Junge, hör auf! Hör auf! Lass mich am Leben, man! Ja! Ich hab noch einen Mehrfall, ne? Gott, mehr. Scheiße! Jetzt krieg ich keine Luft mehr! Nein! Nein! Oh, Fail, Alter! Du bist so ein Hundesund, ne? Ah! Drei, zwei, eins... Hallo zusammen, wir spielen eine Runde PirateCraft auf dem DustMC-Server mit Subcrafter. Guten Tag! Wir sind heute so ein bisschen am DustMC-Spielen. Ich weiß, was das ist. Jaja, du musst das andere Schiff zerstören, oder? Nein, 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 du kriegst da so Blöcke und du musst dich halt zu dem anderen Schiff bauen. Und dann kannst du so Sachen oben kaufen bei diesen Dorfbewohnern. Ach so. Wie heißt das Spiel nochmal, was man in diesen komischen Kugeln spielt? Sonst, in so komischen, ne? Und kommt da aus dem Wasser so Sachen raus. Kenn ich nicht. Ich krieg die ganze Zeit Ducate. Ist das so Währung, oder was? Weiß ich nicht. Ich bekomm das nicht, halt. Und ich hab nur Kanonenkugel gekriegt. Du musst dich da auch irgendwo ins Wasser stellen. Ja, ich weiß. Was ist denn euer Schiff? Auf der anderen Seite... Ah, hinten. Jetzt seht ihr euch da durch die Luft laufen. Das Problem ist, dass... Wie heißt das? Dass die Leute sich da halt vorstellen, alle. Und ich würde nichts abkriegen und wir sollen im Team spielen, aber... Die Leute verstehen nicht, dass es ein Teamspiel ist. Und deswegen spielen sie alle alleine. Hauptsache, der eine hat eine bessere Rüstung als der andere. Okay. Du kriegst dann so Zinn, Gold und so weiter. Und das kannst du dann halt verkaufen. Oben bei dir im Schiff. Ja, ich denk immer, dass das mit Lukanen auch geht. Das war ein Silberfisch. Kannst dir eine Axt holen mit Haltbarkeit 3. Eine Spitzhacke mit Haltbarkeit 3, aber Holz nur alles. 10 Holzbretter, Kekse, TNT kannst du haben. TNT. Rüstung, kannst aber nur Lederrüstung haben. Bogen und Pfeile. Und wir müssen uns rüber bauen. Hä, man kann echt... Hä, warum kann man denn nur... Ja, man muss sich nach einer Zeit halt... Also man kann auch ins Wasser springen. Ich würde sagen, es bringt nichts. Wenn jemand ins Wasser springt, der hat nicht so eine wirklich gute Rüstung, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Spawnereier, Äxte. Aber tolle ich mir jetzt direkt, dass ich jetzt denk mal ein Schwert oder so. Ah. Mal hier ne Schuhe. Haa. Diese Geräusche, ey. Was denn? Haa. 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 Genack wie Schmidts Katze, die Dorfbewohner dort. So, ich hab schon mal ein Holzschwert. Der eine verteilt die, das find ich voll gut. Haa. 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 Hallo, auf zu handeln mit dem Land. Ich schwör dir, Alter, der gibt mir so viele, ey. Der gibt mir einfach alle. Jetzt hab ich 32. Bleibt bei mir hart. So, Schwerter. Warum hat der ein Eisenschwert? Scheiße, jetzt haben wir zwei Schwerter gegeben. Ach fuck, man kann auch ein Eisenschwert wirklich haben. Ach, ich bin einfach nur dumm. Ja, das weiß ich, dass du dumm bist. Was baut der mich zu? Hallo, ist der doof? Junge, was baut der Wichser mich zu? Hallo? Ist der geistig behindert oder so? Haa. Nein. Du, ihr baut mich hier einfach zu. Was ist los bei dem? Bei dem läuft hart, doch. Findet ihr das witzig, Alter? Anscheinend schon. Dreckskind, Alter. Ganz ehrlich. Muss ich hier elendig lange auf den Stein hauen, ey. Haa. Jetzt machst du auch noch diese Geräusche. Haa. 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 Und ich hab schon Eisenschwert. Fehlt mir Sachen. Für Gold. Ich will Gold. Wenn du 10 Gold hast, dann kriegst du ein Diamantschwert. Kannst du ein Diamantschwert kaufen. Wo das denn? Hä? Wo das denn? Äh. Oben. Bei euch oben. Äh. Da. Also von euch aus gesehen. Äh. Ja, ja. Ich hab mir schon was gekauft. Aber ich weiß es. Du musst dann auf, du musst dann da rein tun und dann sind da so Pfeile. So Pfeile. Bei dem Holzschall zum Beispiel da ist es so rechts und Pfeil. Dann kannst du so weiter aussehen, das wusste ich auch nicht. Deswegen hab ich jetzt den Wertpapieren. Was kann man damit machen? Mit was? Wertpapiere. Sind das diese Zegelsteine? Nein. Das sind Blätter. Blätter. Yep. Das weiß ich nicht. Entschuldigung. Hab ich damit überfragt. Hat der grad was geschrieben? Achso. Da, eine Kanonenkugel bitch. NP x333333333. Jihihi. 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 Sind die schon bei euch? Ja, sind die. Und die nehmen mir einfach alles weg. Ja, Leute, wie sind die denn zu euch gekommen? Hm? Unsere Team-Match checken es einfach nicht. Man sieht einfach nur, wie sie sich irgendwelche in der Luft bekriegen, Alter. Eigentlich sind ja Boote im Wasser. Einer hab mich von euch getötet. Einer hab mich von euch getötet. ech tier-ieleä süß. Einer hab mich von euch geborgen! hochgenommen, Alter. Ähm... LOL! Hahaha. Ihr werdet so verkacken, Alter. Holy shit. Holy shit. Nein, ich bin tot. Äh. Scheiße, jetzt hab ich auch meine ganzen Sachen verloren, ne? Fuck, Alter. Ja? Ja. Ich bleib hier einfach rumstehen und sammle die Sachen auf. Unser Schiff hacket ab. Ja, ich weiß. Unser Team-Mates bemerken das nicht. Ich seh's leider nicht von hier. Ah, ich brenne. Solltest du dich wohl mal löschen, wa? Ja, sehe ich auch so. Man kann das einfach nicht löschen. Weil das voll in der Luft rummacht und so. Ah ja, da sind die echt feine. Fofo! Wah? Ah, hier kann ich nicht essen sollen. TNT-Heebel-Wasser. Oh, ich hab ein Papier. Trink mir das überhaupt. Weiß es nicht. Was? Weiß ich. Ja, äh, Ding ist, da kannst du dir Spawneier von kaufen. Ja? Ja. Was bring mir Spawneier? Äh, kannst du Viecher spawnen? Äh, ich finde aber, wie kann man Pfeile bekommen? Pfeile, boah, das weiß ich nicht. Ach da. Ah, man braucht für einen Pfeil ein Gold. Ach, das hab ich sogar. Okay, gut. Betränke, Nachtsicht, Regeneration. Fündigkeit, nochmal Nachtsicht. Äh, Regeneration. Wieder Rippsung! Bietes! Bietes! Eisenschwert! Hab ich schon lange. Nur dadurch, dass das Feuer jetzt bei mir ist, lag das bei mir unnormal, Alter. Holy shit! Oh Gott, ich brenne. Oh Gott, ich muss ins Wasser. Ich packe. Oh! Shit! Ich will nicht so rum, Alter. Ich lag das hier nicht bei mir, das ist gut. Unser ganzes Schiff ist fast kaputt, Alter. Verlieren wir dann eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Ich denke mal, das geht so lange, bis ihr alle tot seid. Ja, einer von uns ist schon tot. Da kommen sie alle, Alter. Da kommen sie. Oh, Junge, wie euer Schiff brennt! Abo, Screenshot! Aber erstmal noch ein Jahr ran. Hallo! Man, das ist tot hohen Sonne. Ja, gibt's ja droppen. Die droppen aber auch keine Sachen, das ist scheiße. Oh, fick dich, Mann! Ja! Wie du einfach ins Inn triffst, Mann! Junge, hör auf! Hör auf! Lass mich am Leben, Mann! Ja! Ich hab noch einen Mehrfall, glaub mir. Scheiße! Jetzt krieg ich keine Luft mehr. Nein! Nein! Oh, Fail, Alter! Du bist so ein Hundesohn, ne? Ah! Ja, leider ist schon. Ah, wir brennen! Ja? Ja. Ich kann auch... Ah, ich kann so eine Kugel auf euch schießen, ne? Hä? Kannst du so eine Kugel auf euch schießen, oder macht das der Spender? Wer hat denn da... Oh, wie dämlich, Alter! Oh! Er hat mich getroffen, der Pisser. Er trifft jeden Schuss! Er trifft jeden Schuss! Oh Gott, ich muss Regeneration trinken schon. Er trifft jeden Schuss, Alter! Er trifft einfach jeden Schuss! Er hackt! Der hackt! Der hackt! Du hackst, Alter! Nein! Er hat jeden Schuss getroffen, ab von oben. Er kann mich noch nicht mal richtig sehen. Ich kann ja nichts mehr abbauen, Mann! Was ist das? Ich muss ja was auf euch schießen. Mich wurde gerade mit einer Feuerkuhl erschossen, Alter! Ich bin jetzt aber echt asozial, weißt du? Deine Mama ist asozial. Ja, das weiß ich. Nein! Oh, verklick! Alter! Oh! 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 Du hast es in zwei und sie sind zu viel, weil er einzufeindlich war. Du hast es in zwei. Du hast es in zwei. Hey, ich habe nichts abgeben. Hey, wie soll ich denn jetzt was auf euch schießen? Was war denn bei mir leckt? Das war uns in zwei rausgegangen, Alter. Ja? Ja. Haha. Aber bei mir leckt es einfach wie saufzüßige Feuer. Ja, geil. Ich habe einfach mal nur Skype auf und muss leckt. An ich habe noch mehr Internet auf. So sollte ich mal vielleicht schießen. Hahahaha Oh jetzt leckt es nicht mehr doch ein bisschen noch aber nicht mehr so krass wie kann ich noch auf euch schießen Ihr könnt das nicht Team Blau kann das nicht Habe ich gerade so gelesen im Internet Ah ok Pfff, schaust du das auch noch? Hahahaha Hab ich jetzt auf euch geschossen? Ah jetzt Hab ich euch getroffen Seid ihr irgendwo verwundet? Nicht dass ich wüsste nein Ist aber doof Nö, irgendwie nicht Aber was bringt denn das dann? Wieso sind wir so krass verwundet und ihr einfach nicht Ich muss auch was kaufen Aber ich brauche irgendwelche Holzdinger Kann ich mein Schiff abbauen? Kann ich mein Schiff abbauen? Ja ich mein schon Ja mein ich auch Dann kann ich mir jetzt ein bisschen Holz hier machen Boah diese Dorfbewohner regen mich so auf Warum denn? Die sind doch ganz lieb Die sind doch ganz lieb Die sind doch ganz lieb Ja 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 Äh Ja da läuft der Martin ohne Hemd herum Ohne Helm Ah wie lustig Kann das Feuer hier stoppen ey So kann es nicht regnen Was ich unlogisch finde ist am Minecraft Das es manchmal regnet Ja aber das Feuer geht nicht aus Aber das ist ja in real life also Es kann ja auch regnen aber das Feuer geht nicht Ja ich weiß aber dann würde das Feuer wenigstens ein bisschen zurück gehen Ja das stimmt Boah Schoko Ich bin ja alleine Ja Lappen alter Mann Schoko ist gay alter Da hinten ist er ja Na Martin Warum ist dein Partner der auch nichts hat Ja siehste er trifft schon wieder direkt den Schuss Direkt wieder fünf Herzen weg Ja und er trifft den nächsten Sicher Ja die Pfeile gehen so Ja Ja Du hast mich auch instant getroffen Ja äh Guck mal wo der steht Und guck mal wo ich stehe Ja und Das ist ein kleiner Unterschied Skiller Als würde mein Team hacken Ja bist du behindert oder was ey Oh Gott äh ja Ja siehst du Siehst du Aber wo es geht dann Ja der ja vielleicht auch Ne Du der Kat Oh Gott ich meine Leben Ich hab immer noch mal 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 Weil der blaue ist dumm Und hat mich euren Spawner kaputt gemacht Er sieht mich durchs Er sieht mich durchs Er sieht mich durchs Wasser Ja normal ich seh dich auch Ja ein Leben Ein Leben Auf jeden Fall Auf jeden Fall Er trifft von so welchen Positionen Wo ich nie getroffen hätte Schiff zerstören Karbo Ist meine Sichtweite nur zu Schlecht Äh Optionen Sichtweite Fünf Jungs Ist schon besser? Ne Der Schiff immer noch nicht alter Sechs Jungs Ja er trifft einfach schon wieder aus Ja Das kann doch gar nicht sein Er trifft aus dem fahrenden Boot Ihr Lappen Ihr seid so schlecht Der Sub Lämmer spielen alter Ja Ja Dass ich dich Zwei Lämmer gefüllt habe Ja Lämmer spielen Ich habe gesagt Läm spielen Ja danke fürs zuschauen Ähm Schaut nicht bei SubCraft vorbei Der ist nämlich schlecht Und ähm Ja Tschüss Tschüss Tschüss